So, aber ich mach trotzdem ein V-Bucks-Giveaway, weil alle Kinder sind zu blöd dafür, die checken das eh nicht. Und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch noch so einen schlechten Skin-Giveaway machen. Ich mein, die checken eh nichts, die doofen Kinder. Ich mein, ich heiße ja nur Ali-A, also. Willkommen! Oh, 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 oh! Surrender to my will! Hahaha, echt. Ihr Flump. I'm fast as fuck, boi! O Mann, wo ist die... Du musst du mit der Wido-Bitcho. ...hah. Wir sind alle Ali-Aid und Lord und Savior auf der Erde. Spiel mir ein Lied von Genjo. Nein! Nein! Spiel mir das Lied von Genjo, nicht spiel mir das Lied von Toten, spiel mir das Lied von Genjo. Zu Mond und zurück, dann ein Skin von Farid, dann noch ein Spruch von Widowacker. Erstmal aufrüsten, damit ich noch asozialer wirke. Perfekt.